Der Sirenen-Test Der Sirenen-Test findet jedes Jahr am 1. Mittwoch im Februar in der ganzen Schweiz statt. Die Sirenen würden in einem Ernstfall die Bevölkerung alarmieren. In einem solchen Fall ist die Bevölkerung angehalten, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu verfolgen und die Nachbarschaft zu informieren. Die Sirenen-Test Die Sirenen-Test Die Sirenen-Test Die Sirenen-Test Die Sirenen-Test